ja hallo und recht herzlich willkommen auf meinem neuen youtube kanal mein name ist maik ich bin 31 jahre alt und habe schon 15 jahre auf karpfen also ein halbes leben ich bin 31 jahre auf karpfen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020